Herzlich willkommen zu Lerneinheit Nummer 11, die Systemrisiken beherrschen. Die Episode 1, ein fairer Stabilitätsmechanismus. Wir nennen uns hier einem der Kernprobleme der Reise nach Jerusalem und die Lernziele in dieser Episode sind, sie können einen Stabilitätsmechanismus beschreiben, mit dem man dieser Problematik des Spiels Reise nach Jerusalem mit seinen Auswirkungen begegnen kann. Sie können erläutern, wie dieser Stabilitätsmechanismus wirkt, um dies zu verhindern und sie wissen, wer beim Stabilitätsmechanismus in dieser Ausprägung beteiligt sein würde und wo insbesondere ein mögliches Haftungsrisiko liegt. Was war unser Problem, um dies noch einmal aufzuführen? Unsere Abbildung des wackeligen Geldkreises. Das Problematik, im Spiel die Reise nach Jerusalem als Metapher erläutert, war die Relation, die Relation zwischen Zentralbankengeld als dem Geld im engeren Sinn, im Wissenmeißen dieser Zipfelchen, diese Spitze des Kreisels, auf dem sich mit der Umlaufgeschwindigkeit nicht nur Zentralbankgeld befindet, sondern bei dem auch der Umlauf von Schwellgeld in den verschiedensten Märkten gegeben ist. Da hatte ich Ihnen mal sogar dies als mathematische Formel aufgelistet, mit diesem gesamten Zusammenhang der verschiedenen Geldmärkte. Wann ist der Umlauf von Geld gegeben? Nun, der Umlauf von Geld ist dann gegeben, wenn in den Märkten keine Deflation ist und damit die Leute das Geld nicht horten. Und auf der anderen Seite, wenn sichergestellt ist, ist, dass die Kreditfähigkeit des Systems weiterhin gewährleistet ist. Da gibt es die eine Möglichkeit eben zu sagen, wir setzen da auf das Vertrauen in den Märkten und die Märkte, solange die Märkte Vertrauen haben, wird es eben auch die Kreditfähigkeit gegeben. Wir haben nur aufgezeigt, wie mit unterschiedlichsten Mechanismen Haftung aus dem System gezogen werden kann, ganz legal über Wrapping, über Accounting-Standards und so weiter. Also wie letztendlich eine der Komponenten, die dieses Vertrauen aufrechthalten, in das Vertrauen der Kreditfähigkeit, eben auch der Fähigkeit der Wirtschaftsobjekte, Schuldverschreibung, da die Verpflichtung, die sie eingegangen sind, auch wirklich zu erfüllen, wie dieses Vertrauen erschüttert sein kann, insbesondere für die, die wissen, wie die Wirkungsmechanismen und die Gestaltungsmöglichkeiten im Finanzsystem sind. Wir haben geschildert, was eben passieren kann in dem Umfeld, wenn die Musik aufhört zu spielen, also das Vertrauen nicht mehr ergeben ist und wenn dann verschiedenste Wirtschaftsobjekte entweder an Zentralbankengeld kommen müssen, weil sie eine gewisse Verpflichtung an Zentralbankengeld erfüllen müssen. Wir haben aber auch in Teilen geschildert, dass die gleichen Mechanismen dann passieren, wenn die Leute einfach Liquidität halten wollen. Einfach weil sie sagen, ich weiß ja nicht, ob mit einer Schuldverschreibung ein zu großes Risiko verbunden will und deshalb möchte ich das loswerden und will lieber Zentralbankengeld haben, weil da weiß ich, dass dieses Geld schuldbeschreiende Wirkung hat. Ein anderer Ausgangspunkt kann darin liegen, dass man nicht mehr weiß, ob eine Unternehmung, deren Aktien man hält, eben ob diese Unternehmung tatsächlich noch haftendes Eigenkapital, also haftendes Vermögen hat und wenn dann Zweifel aufkommen hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit dieser Unternehmung, dann kann es eben sein, dass man diese Aktien versucht zu liquidieren, dass man den sogenannten Exit macht und dass man eben versucht an Zentralbankengeld zu kommen. Und das bedeutet, an so einer Stelle ist die Kreditfähigkeit des Systems in Gefahr. Ich hatte Ihnen in dieser Metapher Reise nach Jerusalem versucht auch aufzuzeigen, wer derjenige sein kann, der etwas verliert bei diesem Spiel. Ich hatte das so dargestellt, dass die Gorilla sich durchaus schon rechtzeitig, weil sie ahnen, in Sicherheit gebracht haben, in dem Sinne, dass sie rechtzeitig in reale Werte oder in Liquidität gegangen sind. Das ist aber beim Verhältnis 2 zu 107 schlichtweg nicht für alle reicht. Und in so einer Situation, die man als einen sehr allgemeinen RAN bezeichnen kann, also BankenRAN, das vielleicht auch noch BankenRAN ist, wenn man ausschließlich Schwellgeld betrachtet, was im Kreditsektor ist, bei den Kreditinstituten ist. Und an BankenRAN ist, wenn eben jeder sein Kontoguthaben abheben will, weil er nicht mehr sicher ist, dass die Banken diese Verpflichtung erfüllen können. Und wir wissen ja, die Mindestreserve nur 2%. Das heißt, diese Banken können das gar nicht. Wie hat die Politik auf diese Situation nach der begonnenen Krise im Jahr 2008 reagiert? Nun, die Politik hat so reagiert, dass sie die Aussage getroffen haben, alle Einlagen sind sicher. Die Einschränkung, die man gemacht hat, war, alle Einlagen sind bis 100.000 Euro sicher. Und es gibt einen Sicherungsmechanismus, der, also im deutschen Bereich, einen Sicherungsmechanismus, bei dem alle Banken und alle Institute gemeinsam dafür sorgen müssen, dass eine Reserve noch gemeinsam vorhanden ist, bei der eben nicht nur eine Mindestreserve oder ein haftendes Kapital einer Kreditinstitution vorhanden sein muss, sondern dass die Kreditinstituten gemeinsam noch einen zusätzlichen Sicherungsfonds haben, über den sie Einlagen ihrer Kunden, also das Schwellgeld der Banken, gemeinsam haften. Und das ist, wenn Sie so wollen, eine zusätzliche Sicherungskomponente außerhalb einer einzelnen Bankbilanz. In Deutschland ist da die spezielle Situation, dass es einen gesetzlichen Einlagensicherungsfonds gibt und dass eben gewisse Institutionen, also insbesondere auch die öffentlichen Banken des Sparkassenwesens und die genossenschaftlichen Banken, der Volks- und Raiffeisenbanken, durchaus noch eigene Sicherungsmechanismen haben, wo im Beispiel der Sparkassen ein gemeinsamer Sicherungsfonds aller juristisch eigenständigen Sparkassen in Deutschland noch zusätzlich greift. Und daneben gibt es eben auch noch die gesetzliche Einlagensicherung, wo insbesondere dann auch noch die privaten Bankinstituten mit drin sind, die mittlerweile auch noch in Teilen in anderen Verbünden zusätzliche Sicherungsfonds aufgebaut haben. Was das bedeutet ist, dass es im Wesentlichen eine zweistufige Sicherung gibt, für die Liquidität zu sorgen und in Teilen die Haftung zu sorgen. Und das ist eben, die erste Stufe ist die Regulierung auf einzelnen Kreditinstituten. Die zweite Stufe ist in Teilen eine Regulierung für gemeinschaftliches Haftungshaften und auf dieser Stufe gibt es eben auch noch eine freiwillige Haftungssicherung von gewissen Instituten untereinander, die das gewährleistet. Und zwar zumindest zu einem gewissen Betrag. Das heißt, erst dann kommt eben ein Verlust zu tragen bei Sparguthaben, wenn Sie Ihr Guthaben bei mehr als 100.000 Euro haben. Das heißt, wenn Sie da zu den Vermögen darin gehören, dann ist dieses in manchen Fällen nicht abgesichert. Wobei es durchaus Aussagen gibt von freiwilligen Sicherungseinrichtungen, die sagen, dass die Einlagen bis zu beliebiger Höhe abgesichert sind. Nur dafür muss natürlich dann der entsprechende Sicherungsfonds eigentlich groß genug sein. Sicherlich ist es richtig, wenn man sagen kann, im Bereich mancher Akteure dieses Finanzsystems in Deutschland hat es noch nie einen Fall gegeben, dass eine Sicherung nicht greift. Wie dies in der Zukunft aussieht, wollen wir durchaus natürlich optimistisch betrachten. Was sich aber auf jeden Fall in der Krise gezeigt hat, in anderen Ländern, ist, dass es durchaus zu der Situation kommen kann, dass bisherige Sicherungsmechanismen nicht ausreichen. In diesem Umfeld hat die Politik Maßnahmen ergriffen, wo die öffentliche Hand stellvertretend letztendlich für alle Steuerzahler eingesprungen ist, um fehlende Haftung bereitzustellen. Wo man, um Konkurse zu vermeiden, als öffentliche Hand zusätzlich Eigenkapital bereitgestellt hat. Also, Sie werden sicherlich gehört haben, dass es sowohl auf Seiten der Amerikaner als auch auf Seiten von Deutschland, dass es eine Verstaatlichung von Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich gegeben hat, wie beispielsweise, dass der Staat vorübergehend, so natürlich die Aussage, die Eigentümerposition bei einem privaten Finanzdienstleister in Deutschland übernommen hat. Das gab es eben genauso auch in den USA, das gab es in anderen Ländern. Sie haben erleben können, dass beispielsweise bei griechischen Banken eine sogenannte Bail-In-Klausel zum Tragen kam, das bedeutet, dass Eigentümer von Schuldverschreibung dieser Bank, also ganz konkret Kontoinhaber, dass diese Kontoinhaber ihre Kontoguthaben nicht mehr abheben durften, sondern stattdessen Aktien dieser Bank bekommen haben. Und das bedeutet eben, dass das jederzeit fällige Guthaben gewandelt wurde in einen Schwellgeldzettel, wo draufsteht, du bekommst etwas, aber nie. Und das bedeutet, man bekommt tatsächliches Geld nur dann, wenn man in der Lage ist, diese Aktie dann in den Märkten zu verkaufen. Sie haben auf der anderen Seite Maßnahmen miterleben können, wo man Schwellgeld, das Banken in den Vermögenswerten hatten, die als sogenannte toxische Schuldverschreibung benannt worden sind, wo diese Banken erlaubt wurde, die entsprechenden Komponenten auszulagern in Konstrukte, die sogenannte Bad Banks genannt worden sind. Der Hintergrund dieser Maßnahme bestand eben darin, dass man Schuldverschreibung, für die es keinen Markt mehr gab, Schuldverschreibung, wo das Rating der entsprechenden Schuldner so abgestürzt war, dass die Bank, die diese Zettel gehalten hat, keinerlei Eigenkapital mehr nachweisen konnte, wo man diesen Banken erlaubt hat, entweder die Schuldverschreibung in andere Bücher zu übernehmen, also vom Fair Value wegzugehen und überzugehen zu fortgeschrittenen Anschaffungsherstellkosten oder aber mit diesem Bad Bank Konstrukt eine Auslagerung vornehmen konnte, wo dann dieses Bad Bank Konstrukt nicht den normalen Bankenregularien für Kreditinstitute unterlag, sondern stattdessen als eigenständige, juristische Person gehandhabt wurde. All dies ist eine spontane Reaktion, bei der sehr viel Haftungsrisiko bei den Steuerzahlern verblieben ist, und zwar natürlich indirekt, weil der eigentlich Haftende die öffentliche Hand ist. Und auf der anderen Seite haben diese Maßnahmen lediglich dazu beigetragen, dass sogenannte systemrelevante Institutionen des Finanzsektors vor einer gegebenen Insolvenzsituation oder einer Illiquiditätssituation gerettet worden sind, wo man also den offensichtlichen Konkurs dieser Unternehmen durch staatliche Eingriffe verhindert hat. Nicht verhindert hat man in weiteren die Konkurssituation oder die mögliche Illiquiditäts- oder Insolvenzsituation von größeren Unternehmen. Man hat zwar über Anreize reagiert, wie beispielsweise in Deutschland über die sogenannte Abwrackprämie, um eben die Ökonomie nicht weiter abstürzen zu lassen, aber man hat politisch nicht eingegriffen, als große Unternehmen illiquide wurden, weil sie die gleichen Probleme hatten, nämlich den Zusammenbruch von Fair Values in ihrem Vermögensbereich, von irgendwelchen Werten, also wenn Unternehmen beispielsweise andere Unternehmen gekauft hatten und die Aktien vormals eben mit einem großen Wert in den Büchern standen und nun durch diese Situation, dass die Ökonomie ihre Leistungsfähigkeit verloren hat, dass diese Aktien im Wert verloren haben und daraufhin natürlich die Unternehmen, genauso wie geschildert die Kreditinstitute, plötzlich nicht mehr genügend Eigenkapital hatten und dann die Kreditgeber für diese Unternehmen gesagt haben, wir verlängern die Kredite, die wir dem Unternehmen gegeben haben, nicht mehr, dass dort keine Unterstützung oder kein Eingriff durch die öffentliche Hand passiert ist, sondern stattdessen wurde in diesem Bereich in vielen Bereichen sogenannte Debt-to-Equity-Swaps gemacht, das heißt diese Unternehmen haben die Eigentümer gewechselt und die vormaligen Kreditgeber dieser Unternehmer sind nun die Eigentümer dieser Unternehmer und wenn Sie sich erinnern an dieses geschilderte Szenario der Reise nach Jerusalem, wenn die Kaufkraft in den Märkten so runtergebrochen ist wie seiner Zeit, dann bedeutete das, dass dieser Debt-to-Equity-Swap weit unter dem vormals üblichen Preis stattgefunden hat. Also im übertragenen Sinne bedeutet das, dass der Unternehmer dem vorher das große Unternehmen gehörte, weil er die Kredite nicht verlängert bekommen hat, ein Pfand abgeben musste und dieses Pfand ist sein Unternehmen, das heißt er war gezwungen weit unter Preis dieses von ihm aufgebaute Unternehmen an die entsprechenden Kreditgewährenden, in dem Fall großen Investoren, abzugeben. Das ist die Umverteilung von Küche, weil die die Frage, die Sie sich natürlich stellen müssen ist, wer besaß vorher dieses Unternehmen und wer besitzt es hinterher? Und auf welcher Basis wird dann dieses Unternehmen umverteilt auf der Basis von Schwellgeld? Und wenn Sie diesen Umverteilungsmechanismus im Spiel der Reise nach Jerusalem unterbinden wollen, dann müssen Sie etwas in Gang setzen bei dem Stabilitätsmechanismus, den man momentan für die Zahlungsfähigkeit von Staaten aufgebaut hat, was man seinerzeit schon nach 1974 bei dem Zusammenbruch der Herstattbank gemacht hat. Ein Liquiditätssicherungsfonds oder Liquiditätsumlaufsicherungsfonds oder wie auch immer wir den nennen. Hintergrund dieser Schilderung von mir ist, dass es sehr wohl einen europäischen Stabilitätsmechanismus gibt und dieser europäische Stabilitätsmechanismus ist darauf ausgerichtet, mindestens die Kredite von Staaten weiter zu verlängern. Damit nicht so etwas passieren kann, was bei Griechenland dann drohte, dass dadurch, dass die bisher in den Märkten agierenden Kreditgeber den Staaten die Verlängerung von Krediten verweigern. Weil das würde dann bedeuten, dass die Staaten zahlungsunfähig und damit Konkurs sind. Und um dies zu verhindern, hat man einen europäischen Stabilitätsmechanismus gegründet. Und das, was man vorhat, ist auf jeden Fall bei einer Bankenunion, dass die Kreditinstitute auch einen gemeinsamen Sicherungsfonds haben. Das, was es in dem Umfeld nicht gibt, ist die Überlegung, was passiert denn dann mit den ganzen großen Unternehmen, die ja für unsere Wertschöpfungsfähigkeit auch in einem Land und in der Europäischen Union wesentlich und wichtig sind. Da wird nichts in Angriff genommen. Deshalb würde ich dafür plädieren, diesen Stabilitätsmechanismus so auszugestalten, dass er in dem Falle, dass tatsächlich der Markt nicht mehr funktioniert und das heißt das, was man eigentlich als grundlegendes ökonomisches Element voraussetzt, dass nämlich die Märkte die samtlichen Risiken und die unternehmischen Risiken und so weiter übernehmen, wenn das nicht mehr funktioniert und eine besondere Situation gegeben ist, wie beispielsweise im Rahmen der Krise, dass man dann sagt, so wie auch die Liquiditätskonsortialbank dafür sorgen soll, sollte seinerzeit 1974 mit einer gemeinsamen Haftung aller relevanten Marktakteure in diesem Segment, wird die Liquidität von allen beteiligten Akteuren sichergestellt. Die Liquiditätskonsortialbank war damals gegründet von allen Kreditinstituten und der Deutschen Zentralbank und im übertragenen Sinne würde das bedeuten, dass so ein allgemeiner Stabilitätsfonds oder Stabilitätsmechanismus von allen Wirtschaftssubjekten gemeinsam zu tragen wäre. Und das wäre eben eine Union der gesamten Ökonomie an dieser Stelle für solche außergewöhnlichen Situationen wie die, wenn die Musik aufhört zu spielen. Die Argumentation wäre durchaus die zu sagen, vorher, als der Markt noch funktionierte, wurde all diesen Akteuren Kredit gewährt und das heißt, die normalen Mechanismen einer Marktwirtschaft haben dazu geführt, dass diesen Akteuren alle ein Kredit gewährt wurde. Und in einer Situation, wo es eine besondere Situation ist, werden sämtliche dieser Kredite auch verlängert. Damit verhindert man definitiv Illiquiditätssituationen, die daraus resultieren, dass jemand Kredite schlichtweg nicht mehr verlängert und dann auf Auszahlung von etwas besteht, das in dieser Fülle nicht vorhanden ist. Es würde auch dieser Liquiditätsfonds einspringen und nicht, wie beispielsweise in anderen Fällen, die Europäische Zentralbank oder stellvertretend für die EZB die jeweils nationalen Zentralbanken, sondern es wäre der Liquiditätssicherungsfonds. Dafür sollte der Liquiditätssicherungsfonds mit Haftung ausgestattet sein. Mit Haftung, weil er selber eben auch Schwellgeld ausgeben muss. Das werden wir gleich noch skizzieren. Und die Frage ist natürlich, wo kommt die Haftung her? Und dafür verweise ich auf die vorangegangene Episode. Dort habe ich eine Schwellgeldabgabe eingeführt und dafür plädiert. Das heißt, dass alle die, die dem System Instabilität beifügen, indem sie Schwellgeld erzeugen und damit eben den Kreisel aufbauen, alle die dies tun, die den Kreisel aufbauen, die den Kreisel so groß machen, dass er instabil wird, die sollen eine Abgabe zahlen, eine Stabilitätsabgabe in diesem Fall, über eine Schwellgeldsteuer, damit diese Stabilitätsabgabe als Haftung in den gemeinsamen Stabilitätsmechanismus einfließt. Und die Frage, die man sich dann noch stellen muss ist, also das bedeutet eben, alle Akteure haften gemeinsam für das Instabilitätsrisiko, das sie gemeinsam dem System beifügen. Und jeder haftet in dem Maße, wie er für Instabilität sorgt. Das heißt, vom Volumen her. Derjenige, der ein hohes Volumen in das System einbringt an Instabilität, muss eben auch einen höheren Beitrag zahlen, als derjenige, der ein kleines Volumen einbringt. Und zudem noch der, und zudem würde diese Haftung noch davon abhängig sein, wie leistungsfähig man ist. Wir werden noch darauf kommen, was man denn davon hat, dass man das tut. Und dafür muss man wissen, wie man Liquidität in diesen Liquiditäts- oder Stabilitätssicherungsfonds oder in Stabilitätsmechanismus einbringen würde. Nun, hatten wir ja besprochen, die Spitze der Pyramide ist das Zentralbankengeld. Und wir hatten besprochen, dass es eine Mindestreserve-Verpflichtung gibt. Und wir hatten besprochen, dass eines der Probleme darin liegt, dass manche Akteure eventuell Zentralbankengeld horten und es dann für andere nicht mehr verfügbar ist. Also muss man dafür sorgen, dass das, was über die Mindestreserve hinausgeht, dass dies in den gemeinsamen Stabilitätsfonds kommt, als Liquiditätsreserve für alle gemeinsam. Und das könnte man relativ einfach machen. Da braucht man keine negativen Zinssätze auf der Einlagefazilität, was auch diskutiert und was mittlerweile schon gemacht wird. Sondern die einfachste Variante würde eigentlich darin bestehen, eine maximale Reservebegrenzung vorzugeben. Man würde einfach regulatorisch sagen, selbstverständlich muss jemand eine Mindestreserve beibringen. Aber er darf nur bis maximal einer Maximalreserve Mittel zentralbankmäßig horten. Und alles, was über die Obergrenze von gehaltenen Zentralbankgeldmitteln hinausgeht, ist gegen Tausch von gemeinsam gehafteten Schwellgeldzetteln des Stabilitätsmechanismus einzutauschen. Indem man sagen würde, diese Schwellgeldzettel sind bei Bedarf rediskontierfähig bei der Europäischen Zentralbank, sind sie so gut wie Zentralbankgeldliquidität und hätten damit kein Problem. Sie entsprechen damit gewissermaßen der Einlagefazilität der Europäischen Zentralbank mit einem entscheidenden Unterschied. Dass nämlich die Zentralbank nicht das Risiko trägt und damit die öffentliche Hand, sondern dass der Stabilitätsmechanismus das Risiko tragen würde. Und interessant wäre es zudem noch zu überlegen, wie könnte denn auch noch reale Haftung in den Stabilitätsmechanismus kommen. Denn das, was wir jetzt bisher aufgezeigt haben, ist wie über die Schwellgeldabgabe eine Haftung in Form von Geld, also von Schwellgeld in den Stabilitätsmechanismus fließen kann. Man kann sich zudem überlegen, ob nicht die Aufgabe gerade darin besteht, ein Gemeinwesen weiter auszubauen. Denken wir beispielsweise an die Energiewende, die wir ja stemmen wollen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, dass wir wegkommen von riskanteren Erzeugungsmechanismen für die Energien. Dann brauchen wir dafür Investments in eine entsprechende Infrastruktur in Gemeinwesen. Und ich würde sogar dafür plädieren, darüber nachzudenken, ob so etwas nicht über einen gemeinsamen Stabilitätsmechanismus passieren kann, als Element einer gesamten Strategie, auf die wir aber in einer weiteren Episode insgesamt zu sprechen kommen. Wir haben auch hier wieder für Sie eine Vertiefung in Form von Aufgaben für das Selbststudium vorbereitet. und ich würde mich freuen, wenn Sie mit Interesse an dieser Sache weiterarbeiten.